So, da bin ich zurück auf dem Offi und ich habe Nachrichten für euch. Ich habe super viel mit dem Boris-Pod geschrieben und, beziehungsweise ich komme gleich drauf. Erstmal, warum ich jetzt die letzten Tage nichts geüploadet habe, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mittlerweile einfach so, dass ich sage, warum sind die ganzen Shops denn hier leer, what the fuck? Dass ich einfach sage, okay, wenn ich einfach einen schlechten Tag habe oder wenn ich einfach nicht motiviert bin, dann lasse ich es einfach. Weil ich will einfach nichts uploaden, wo ich dann irgendwie scheiße drauf bin oder so. Genau. Einfach momentan eine sehr, 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 sehr schwierige Zeit. Nicht wegen der Accounts oder so, sondern halt eben wegen, ja, Relive. Aber gut, darum soll es nicht gehen. Warum bin ich jetzt ein Flaris? Ah ja, Rentalpeng, genau. So, einmal. Männlich. Ich habe aktuell ein Set plus 0, also gar kein Set quasi. Gibt es irgendeinen Effekt, wir waren das Ganze hier, warte mal. Ist einfach gar kein Effekt, okay. Nice. Wir sind in Level 15, wir haben noch keinen Job gemacht, oder? Genau. Oha, Alter, wie viel bringt das? Das ist heftig. Okay, also, was ist passiert? Was war? Was geschieht momentan? Ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin momentan ziemlich enttäuscht vom Bohrer-Support. Ich meine, ich wurde gewarnt und das haben auch schon viele gesagt und so, gewissermaßen habe ich es auch selbst schon geahnt, beziehungsweise war es mir auch selbst schon klar. Dann, ja, was natürlich abgeht, ist natürlich unter aller Sau. Ich meine, da geht es jetzt nicht irgendwie großartig um die Spieler oder um was weiß ich. Ich meine, ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich vermute einfach so, wie ich am Anfang schon, ja, dass ich mir angesprochen habe, dass es einfach nahezu unmöglich ist, dass man hier so viele Leute in Support, Moderation und so weiter einarbeitet, innerhalb von 30 Tagen oder so. By the way, ihr habt euch Blade gewünscht, deswegen macht man Blade. Es ist einfach unmöglich und ich glaube, dass diese Leute einfach komplett heilig überfordert sind und, ja, das ist meine Vermutung, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, also wie gesagt, der Bohrer-Support könnte mir nicht helfen, beziehungsweise besser gesagt, er wollte mir nicht helfen. Ich meine, dieser ganze Verlauf, der war ja, der ist echt witzig. Also, wenn es jetzt, wenn es kein so ein ernstes Thema, in Anführungsstrichen wäre, dann könnte man echt wohl lachen. Aber, äh, es ist, es ist einfach nur Wahnsinn, diese Inkompetenz. Es ist halt wirklich, also ich meine, Webson war krass. Also, dass man bei Webson irgendwann mal was bekommen hat, was man verloren hat, beziehungsweise, ähm, ja, weiß nicht, keine Ahnung. Ähm. Was ist, was ist ein Shining Stones? Hä? Was sind denn Shining Stones, Alter? What the fuck? Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe einen Bekleinung auf Deutsch. Ich bin verwirrt. Was sind denn Shining Stones? Ich kenne doch die, ich kenne doch die, ich kenne doch die Quest-Items in Flive. Hä? Was muss ich killen, was, was muss ich machen? Shining Stone, ah ja, okay. Alles klar. Früher hieß es mal, ähm, hier, Zwickler Stone. Warum auch immer das anders heißt. Ähm, ja, ich meine, dass man bei Webson mal irgendwas bekommen hat, was man verloren hat und so, das war schon ein Riesending. Aber, hier, zwei Bohrer, ja, die sind ja, die sind komplett auf einer Planeten, das ist ja Wahnsinn. Das lustige war, ich habe am Anfang Webson angeschrieben, hey, hier, so und so, Problem. Alles genau geschildert und so weiter, was los ist. Okay, ich habe eine Antwort bekommen, so, ja, können wir nichts machen, muss den Bohrer Support anschreiben, ähm, da haben wir keinen Zugriff mehr drauf. Oder, oder, keine, keine, können wir halt nicht mehr drauf zugreifen, auf alle Fälle. Okay, gut, Bohrer Support angeschrieben. Das Ganze war noch vorm, äh, Transfer. Äh, habe ich geschrieben, so, ja, hier, ich kann nicht mehr drauf zugreifen und so weiter, ähm, wie schaut's aus, was könnt ihr machen, ähm, 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 der Account ging einfach an eine fremde E-Mail, oder dann wurde er eben auf einen anderen, äh, auf einen fremden Account gebunden. Ähm, ja, dann haben die geschrieben, ich soll doch erst mal versuchen, dass ich mich dann nach dem, äh, ja, nach dem, dem, äh, Transfer einfach mal einloggen soll. Ich meine, das ist natürlich nicht funktionierend, war mir vorher schon klar, ich meine, wie sollst du ohne E-Mail und Passwort dich einloggen, also, hä hä, wir sind halt irgendwie komplett lost. Ähm, und dann haben wir dann so gedacht, okay, gut, okay, dann erwartest du, erst halt einfach mal, die werden dann schon irgendwann schreiben. Wenn man halt, wenn ich halt dann sage, ja, hat nicht funktioniert. Gut, hab's gewartet bis zu diesem Tag, hab versucht mich einzloggen, hat natürlich nicht funktioniert, ich meine, wie soll so funktionieren? Okay. Dann, Next-E-Mail, geschrieben. So und so. Dann haben die zurückgeschrieben, das ist eigentlich nicht möglich, dafür müsste ja jemand irgendwie das Passwort oder, oder, oder eine Account-ID gehabt, äh, gehabt haben. Ich hab natürlich den vorher schon geschrieben, dass das Ganze alles, äh, ausschließen kann, dass es nicht sein kann und so weiter. Okay. Ähm, dann ging's weiter. Dann haben die mir geschrieben, und jetzt kommt das Geile, ähm, ja, dafür ist das zu spät, ähm, ich hätte das Ganze vorm, äh, vorm Bohretransfer, also vor diesem Transfer machen sollen, und ich hätte da Webster anschreiben sollen, dass die mir dann, äh, die hätten mir helfen können. Das Lustige war, ich hab das sogar, ich hab das genau in diese E-Mail, ich hab das genau mit Screenshot in diese E-Mail, äh, reingeschrieben, ähm, dass ich eben den Webster Support angeschrieben hab, und dass die mir dann eben an die verwiesen haben. Ich wollte fast schon schreiben, ob die mich eigentlich verarschen wollen, ob das wirklich deren Ernst ist. Ähm, ich hab mir gedacht, okay, bleibst du mal sachlich, schreibst du dann weiter. Ja, im Prinzip kann einfach nix mit rum, äh, nix mit dabei rum, und man muss einfach sagen, sind inkompetent ohne Ende. Also ich mein, die, die haben, die haben nicht mal einen Überblick über, über den eigenen Mail, äh, über die eigenen, äh, ähm, über den eigenen Mailverlauf. Ich mein, die unterschreiben ja auch nicht mit dem Namen, die unterschreiben nur mit, ähm, dein F-Live-Team oder euer F-Live-Team oder irgendwie so, oder das F-Live-Team. Äh, deswegen weiß man auch nicht, ob das wirklich eine Person ist, also mehrere Personen sind, die dann einfach antworten. Ich vermute, dass es einfach mehrere Personen sind, aber trotzdem, wenn man einfach nicht mal, äh, schafft, die, die E-Mail durchzulesen, ähm, oder den E-Mailverlauf durchzulesen, und dann versucht zu helfen, zu helfen, in Anführungsstrichen, äh, ja, sorry, aber noch lustloser geht's einfach nicht mehr. Und, ähm, ja, also, ich kann nur sagen, wie gesagt, ich mein, die waren immer nett und so, sind definitiv nett, aber, äh, äh, ja, schön. Nettigkeit hilft, äh, so ziemlich null, um irgendwelche Probleme zu lösen, und ich muss sagen, das ist halt einfach noch schlimmer als, äh, Webson lieber, und, ich mein, Webson war schon supporttechnisch wirklich, die waren schon, die waren schon auf keinem guten Niveau. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, tja. Warte mal, hab ich jetzt gerade wirklich die falsche Quest abgegeben und die falsche, falsche Quest gemacht? Bleibt mir. Ich hab mich gerade schon gewundert, dass ich jetzt irgendwie zwei Monster, äh, hauen muss. Okay, jetzt haben wir zumindest Miss Henry. Ach, Tjana, wo war denn der Typ? Okay, damit kann man's anfangen. Fliegen wir ganz cool, ehrlich gesagt. Ähm, ja, also, ich kann nur sagen, äh, support hier ist wirklich super, ist wirklich Bombe. Wer Probleme hat, kriegt man halt so ungefähr gar keine Hilfe. Ähm, und, naja, ich mein, ich hab mich natürlich ein bisschen informiert, wie machen das die ganzen anderen Leute so, wie ist bei denen mit Problemen, oder mit, äh, wie hilfreich ist da Support? Und, ähm, ja, was ich gehört hab, war, Surprise, exakt das gleiche. Jeder hat einfach das gleiche erzählt, dass der Support einfach wirklich nichts bringt, dass du jetzt einfach, ja, entweder zum Teil gar keine Antwort kriegst, oder halt nur irgendwie eine Antwort kommt, wie so, ja, können wir nicht helfen. ähm, und ich mein, ich hab das von, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben, acht, ich weiß nicht, ich hab nicht mitgezählt, von einigen Leuten auf alle Fälle gehört. Ähm, zum Teil unter den Kommentaren, zum Teil auch, äh, andersweitig. Äh, es ist halt echt ein Witz. Und, ja, also, ich denke mal wirklich, Bohre ist wirklich so ziemlich das Sargnagel für Flythe. Ähm, das ist halt wirklich, das ist halt wirklich ein Schock. Naja, es ist, es ist, es ist der ein, es ist der ein voller Ernst, leider. So schön, wenn es ein Schock wäre, aber, ich glaub, besser wird es nicht mehr. Wie gesagt, es ist traurig. Ähm, ähm, und, da hab ich mal, was willst du machen? Das ist halt eben, äh, die Firma, die, oder der Publisher, den, äh, GalLab ausgesucht hat. Und, da haben halt wir, äh, da haben wir keinen Einfluss mehr drauf. Und, äh, ja, ich mein, was willst du machen? Was willst du mit dem schreiben? Also, ja, also, das ist im Prinzip meine ganze Story. Ähm, es ist, wie gesagt, einfach nur traurig, dass es die nicht schaffen, wirklich, äh, den eigenen Transfer zu managen. Und, ich mein, die Sache ist nicht mal jetzt nur die, dass sie nicht helfen können. Ich mein, die Frage ist natürlich auch, wie ist es möglich, dass jemand eigentlich überhaupt in einen fremden Account, oder einen fremden Account, äh, transferieren kann. Also, ich mein, dann muss es ja schon mal mit irgendwelchen Sicherheitslücken anfangen, die, äh, ja, ziemlich relevant sind. Ich weiß, ich habe diese Rehabilitation übrigens noch nie gemacht, ich weiß nicht, ob sie begleitend ist, ob die, keine Ahnung, ich würde sagen, wir gehen einfach nach St. Morning und, äh, ja, machen wir erstmal ein paar Level, als wir fliegen können. Weil, das andere hat auch mir gerade irgendwie zu lange dieses Ganze gelaufen, da ist echt ein bisschen nervig. naja, ich mein, wie gesagt, ihr könnt ja mal eure Meinung schreiben dazu. Ähm, ich weiß, viele haben genau die gleichen Erfahrungen gemacht, und, äh, tja, traurig. Wenn man mir mal überlegt, ähm, was FLYFE mal war und was aus FLYFE jetzt geworden ist, FLYFE erfahren, erster Level 20 ist auch mal schön. Ähm, nee, man muss einfach sagen, was aus FLYFE geworden ist und was einfach mal FLYFE war, das ist wirklich traurig. Ich muss dazu sagen, FLYFE, äh, wurde gelauncht vor WoW und, ähm, war auch lange, also lange Zeit, in Anführungsstrichen, aber relativ lang, ähm, größer, bekannter, beliebter als WoW und, ähm, ja, ich mein, FLYFE war früher ein riesen Ding und, ähm, FLYFE, FLYFE einfach das MMORPG damals. Nicht das einzige, klar, ähm, aber, zu seinen goldenen Zeiten war FLYFE wirklich, war FLYFE der Shit einfach. Aber davon ist einfach nichts mehr übrig und, naja, das ist traurig. Wozu hat er jetzt mein Pad eigentlich? Hab ich nicht übergekannelt, okay, dann auf mir. was will ich haben? Ich will keine Questies, keine Nahrung oder wir funktionieren das Ganze. Flask, Buff, oh mein Gott, Pad, FLYFE, etc., wie kann ein, wie kann ein Pad-Filter so scheiße sein? Was ist etc.? Was ist Pad? Okay, ich glaube, etc. sind halt irgendwie Quest, also Event-Items, aber so. Se, ich bin jetzt allerdings auch nicht genau. Okay, also ich mein, gut, Schaden ist ja ganz nice und dieses ganze Beginnersystem und so ist natürlich auch relativ nice. Da kommen wir jetzt schon ganz gut voran am Anfang und das ist natürlich jetzt schon, ja, was anderem, oh, nein, hups, ist natürlich schon was anderes, als wenn man jetzt hier irgendwie mit einem Level-15-Schwert anfängt oder mit, weiß ich nicht, also natürlich jetzt schon, schon deutlicher unsertig auf alle Fälle, muss man sagen. Ja, also, was kann ich dazu sagen? Ich muss sagen, ähm, ich weiß es nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht mal sicher, ob das eigentlich überhaupt gerade eine sinnvolle und eine gute Idee ist, wenn man jetzt hier wirklich, äh, ja, hier noch irgendwie Proben gibt oder so, weil ich muss ganz ehrlich sagen, dieses, dieses ganze Bohrer-Ding und diese ganzen, ach, was soll ich dazu sagen? Diese Firma einfach zu supporten, pff, 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 weiß ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, also damals haben wir gedacht, das ist ein Game, das muss zu unterstützen, das muss zu supporten, ähm, ja, so, so war früher meine Einstellung und ich meine, früher muss ich ganz ehrlich sagen, äh, hinter der Einstellung konnte ich früher stehen, aber mittlerweile, unter den Voraussetzungen, was ist denn das hier, glaube ich? what? Ist aber jetzt noch sowas? The fuck? Guardian Set, Guardian Webner Set, Rescon Set, Rescon F, okay, lol, das ist, das ist neu, also, für mich zumindest neu, keine Ahnung, ja, ich meine, wie gesagt, wie, wie kann ich hier, äh, Flive noch supporten, oder, oder kann ich überhaupt noch Flive supporten, wenn ich ehrlich bin, weil, ich sag's euch, wie's ist, ich, ich struggle hier gerade schon ein bisschen mit mir selbst, also, ich meine, man kann nicht sagen, so, yo, man, man hasst diese Firma und man findet die scheiße und nebenbei supportet man die, ist natürlich, äh, kritisch, also, äh, deswegen, ich meine, klar, Content macht man jetzt nicht nur für das Game oder für eine Firma, sondern das macht man natürlich auch für die Community, also für euch, und, ähm, ich dachte mir gerade, es hat immer noch dieses, dieses Office-Dokument eingesammelt, holy fuck, ähm, ja, wie gesagt, ich meine, das macht man natürlich auch für euch und, äh, das ist halt gerade so das, was ich wirklich, äh, ja, woran ich einfach gerade noch festhalte und deswegen, äh, erscheint einfach dieses Video auch generell, überhaupt, nur, also, ja, ich weiß nicht, ich meine, ich könnte gerne mal eure Meinung schreiben, wie ihr das Ganze machen würdet, wenn ihr so meine Situation werdet, ähm, und ich will auch ganz ehrlich dazu sagen, es geht mir jetzt nicht um den Account primär, es geht mir jetzt nicht um, äh, das, was ich in Anführungsstrichen verloren habe, ich meine, es ist ärgerlich, aber deswegen bin ich jetzt nicht mad, also, nicht so mad, aber, ähm, die Art und Weise, wie man halt einfach sieht, wie man mit den Spielen umgegangen wird und, wie die Spiele einfach nur zu einem weiteren, zu einer weiteren Melkuh einfach jetzt wieder, äh, mutiert, oder mutiert werden, äh, was soll man mit den Spielen umgegangen wird, was soll man das sagen, ich meine, what the heck, also, ja, es läuft wie immer, es läuft halt wirklich wie immer, neue Firma ist da, ich meine, die haben das nicht irgendwie aus Gutmütigkeit gemacht, oder so, sondern die wollen Cash sehen, und, ja, die haben wahrscheinlich jetzt am Anfang erstmal gut Geld investieren müssen, ähm, und das Geld wollen die auch auch wieder sehen, also, das wollen natürlich wieder reinwirtschaften, und, ich meine, der Wechselkurs ist eigentlich ein bisschen besser, damals hat man, glaube ich, tausend, äh, was ist das, tausend Cash für zehn Euro bekommen, jetzt bekommt man das für acht Euro, oder so, oder tausend zweiter Cash, keine Ahnung, weiß ich nicht, irgendwie so 20% günstiger sind natürlich Sachen sozusagen, okay, das ist schön, aber, ich weiß es nicht, vor allem muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, äh, ich, ich meine, ich weiß es nicht, ob das irgendwie so ein bisschen System hat, es sind halt, schon ein, zwei Leute, die halt, äh, Probleme mit ihren Accounts haben, und, ähm, ja, ich weiß nicht, wie vielen davon tatsächlich geholfen wird, oder geholfen werden kann, aber, ich meine, wenn es allen genauso geht wie mir, dann muss man natürlich schon ein bisschen, muss man das Ganze schon ein bisschen hinterfragen, und sich die Frage stellen, inwieweit, ähm, inwieweit hat das ganze System, oder inwieweit, ähm, ist es wirklich ein Zufall, dass die vielleicht nicht helfen können, oder wollen, oder was auch immer, ich meine, die haben sich angewiesen mit dem Team besprochen, und so, und kamen dann zu dieser Entscheidung, die ich euch hervorhebe, ähm, verkündet habe, und, ja, das ist halt, ich nenne es, ich sage es einfach mal so, wie es ist, es ist einfach ein bisschen strange, also, ja, ich meine, ich weiß es nicht, muss auch ganz ehrlich dazu sagen, ähm, vielleicht erinnert ihr euch noch damals, als ich, äh, Offi gespielt habe, ich meine, ich habe ja 300, oder über 300 Folgen Offi gemacht, ähm, sehr, sehr viel davon Tom beispielsweise, da haben wir teilweise 8 Stunden Aufnahmesessions gehabt, das war ja der Wahnsinn, und, und, ja, über die ganze Zeit, über all die Jahre, die ich Offi-Videos gemacht habe, also diese 300 Folgen, und davor und danach noch ein bisschen was, glaube ich, ähm, also insgesamt weiß ich gar nicht, wie viele Offi-Videos, das ich dann wirklich gemacht habe, schon viele auf alle Fälle, und ich meine, das Trauer ist ja wirklich, dass die GMs, ich habe ja schon mehrmals erzählt, die GMs kannten mich nicht mal, also ich meine, es soll das nicht abgehoben klingen, oder so, aber ich meine, wie kann das sein, wenn du jahrelang, dein Spiel let's playst, und dich die GMs nicht mal kennen, ich meine, die GMs, die kennen, die kennen auf alle Fälle einige Leute, und, äh, GMs sind in Flives sowas wie, äh, ja, ja, das ist, ich würde mal sagen, so vom Rang her ungefähr so ähnlich, wie Community Manager, ähm, so, roundabout, also, ähm, die haben alle ungefähr so, diesen, diesen gesharten Rang so ein bisschen zumindest, also ich meine, so zwischen Support, Moderation, Ingame, Forum, Discord, äh, ja, ist halt so, so ein Zwischending irgendwie, und, äh, ja, normalerweise ist halt eben, äh, haben die normalerweise schon auch so, die Aufgaben, die ansonsten Community Manager machen würden, äh, das ist halt einfach so Old-Rounder gefühlt gewesen, also, jetzt nicht mehr, aber halt gewesen, und, ich meine, klar, okay, die war natürlich, die hatten viel zu tun und so, ist klar, aber ich meine, weiß nicht, dass man halt einfach noch nicht mal von diesen, ich meine, es gibt, es gibt drei Let's Player, oder es gab, gibt, gab, keine Ahnung, äh, drei Let's Player, die wirklich Aufwieg gemacht haben, und ich meine, wie, wie kann man, wie kann man die Leute nicht kennen, also, da muss ich sagen, habe ich persönlich kein Verständnis für, ich meine, ich habe damals, ähm, zwei große Games, ähm, das war Armored Warfare, äh, da hat mich sogar, der hat ja, äh, Community Manager angeschrieben, also, nicht irgendeiner, sondern der, gab es nämlich nur einen, ähm, ähm, und, äh, hat mit mir auf Skype geschrieben, hat dann teilweise sogar Videos von mir, äh, geteilt auf, äh, deren offizieller, äh, Facebook-Seite, und ich meine, die hatten 100.000, äh, Follower, oder, oder, Likes auf, äh, und, äh, das ist definitiv auf alle Fälle nochmal ein bisschen was anderes als, als, als Live hier, und, ähm, ich weiß, Live hat auch irgendwie um die 100.000 oder so, aber, bei Live sind es halt größtenteils so, ja, Abo-Leichen, und, äh, ja, das war natürlich schon ein bisschen was anderes, also, ähm, war was Größeres definitiv, und ich meine, ich habe zwei oder drei Videos gemacht, und der Typ kam auf mich zu, und da haben wirklich zig, da haben hunderte Leute Videos gemacht, von diesem Game, und nicht nur drei, ja, und, ja, dann ein anderes Beispiel, äh, Warhorse, Warhorse Studio, das, sind, die, Macher von, ähm, Kingdom Come, ein Spiel, welches mittlerweile mehrere Millionen Mal verkauft worden ist, und, äh, auch die, äh, haben mich versucht zu unterstützen, die haben teilweise sogar ein bisschen was von der Story verraten, wenn ich halt vielleicht mal in Let's Play, äh, hing, und ich meine, die haben die Videos sogar geschaut, die haben es geschaut, die haben geantwortet, die haben Tipps gegeben, die haben halt mir geschrieben, die haben mich sogar öffentlich abonniert auf YouTube, mit ihrem Account von einer halben Million Abonnenten, und, ich meine, man sieht halt einfach so, es liegt nicht unbedingt an der Größe von dem Game, oder an, weiß ich nicht, es, es liegt einfach am, am Wollen, und man muss ja ganz ehrlich sagen, der Wille war halt bei Webster absolut nicht da, und ich meine, auch ganz im Ernst, ich meine, die haben, wie lange hat Piccolo und, äh, wie hieß er, Taku, Tak, keine Ahnung, ähm, wie lange haben die für, für Webster oder, oder, oder Cheapotato oder, oder für Flythe gearbeitet, ich meine, das war über ein Jahrzehnt, eineinhalb Jahrzehnte, ich meine, irgendwie, man muss doch wenigstens mal irgendwie privat, oder so mal auf YouTube reinschauen, also man, sowas, das kann einem doch nicht entgehen, also, weiß ich nicht, ich glaube aber auch bei Pornens, ähm, ich glaube auch Pornens kannten die nicht, so wenn ich deren, 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 ähm, 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 die deren, ja, Beitragsverlauf und Forum, mit durchgelesen habe, ich meine, die hatten am Anfang keine Ahnung, und, äh, da hatte glaube ich dann, irgendeinem Moderator angeschrieben, ja, ich hab mir mal deine Videos angeschaut, oder so, ähm, also, jetzt mal angeschaut, so nach dem Motto, ähm, und so und so, also, wie gesagt, ich meine, die waren halt wirklich schon hart desinteressiert gefühlt, und, aber hier, wie gesagt, ich meine, da ist halt, da ist halt noch weniger, da ist halt wirklich keine Liebe mehr für, für Spiel vorhanden, da ist halt gar nichts mehr vorhanden, da geht's nicht drum, ähm, also, ich behaupte jetzt einfach mal, da geht's nicht drum, um jetzt irgendwie hier wirklich, diesen alten Flifegeist, äh, am Leben zu halten, oder wieder zu beleben, oder, äh, irgendwas in diese Richtung, ähm, ja, das ist halt wirklich nur noch, äh, aus reinem wirtschaftlichen Interesse wahrscheinlich, und, so ist es ich, wie gesagt, ich hoffe, ich lieg falsch, und, ich, ich würde es gut finden, wenn ich falsch lieg, weil ich, Flife, noch immer für ein extrem gutes Game halt, und, ähm, meiner Meinung nach, kann man aus Flife noch immer sehr viel mehr rausholen, als man momentan macht, und, ja, das ist, äh, meine Meinung, also, sowieso zu meinem Thema, sowieso zu dem Thema, danke fürs Zuschauen, schreibt mir eure Meinung, bis zum nächsten Mal.